Kunst der Arbeit Der blinde Fleck oder wieso man eigene Denkfehler nicht erkennt. 2006 wurde in Münster eine umfangreiche Studie an Studierenden durchgeführt. Es zeigte sich, dass knapp 2,5% an einer Prosop-Agnosie leiden, also der Unfähigkeit, einen Menschen nur anhand seines Gesichtes zu erkennen. Diese sogenannte Gesichtsblindheit wurde 1947 erstmalig beschrieben. Prosop-Agnosie war zuvor unbekannt, denn den Betroffenen bleibt dies verborgen. Gesichtsblinde können nicht aus sich heraustreten, um festzustellen, dass sie anders wahrnehmen. Durch die Unterscheidung von Stimme, Frisur, Bewegung oder Größe nutzen sie im Alltag andere Strategien. Ähnlich verhält es sich mit einer Rot-Grün-Blindheit. Auch hier sind sich die Betroffenen keines Defizits bewusst. Nur aufgrund von Routineuntersuchungen in der Kindheit wissen die Betroffenen heute darum. Menschen mit einer Prosop-Agnosie erfahren dies selten. Und wenn, können sie es nur erstaunt zur Kenntnis nehmen. Sie selbst sind unwissend bezüglich ihrer eingeschränkten Wahrnehmung. Wir alle haben charakteristische Betrachtung unserer Welt und unterscheiden uns damit von unseren Mitmenschen. Aber wir können nicht aus uns heraustreten, um unsere Besonderheiten festzustellen. Wir wissen nicht um unsere blinden Flecken. Im Arbeitsleben lässt sich diese Blindheit nur durch einen kollegialen Austausch oder etwa Supervision auf die Spur kommen. Solch eine Selbstreflexion ist in vielen sozialen, pädagogischen und therapeutischen Arbeitsbereichen obligatorisch und hält zunehmend auch in der Wirtschaft, meist in Form von Coaching, Einzug. Voraussetzung ist aber, dass man versteht, dass die eigene Wahrnehmung und Bewertung der Welt nur eine von vielen Möglichkeiten ist. Für viele Zusammenhänge und Unterschiede, die andere sehen, sind wir einfach blind. Weiteres zu diesen und anderen Themen finden Sie unter kunst-der-arbeit.de Empa-Clip